Also wenn Borussia es hinbekommt, dass sie Bayern München schlagen am Samstag, dann wird es sehr, sehr schwer für die Bundesliga, für alle anderen Mannschaften. Ich traue hier Leipzig noch eine Menge zu. Aber wenn sie Bayern München schlagen zu Hause, dann muss man sie auf dem Zettel haben. Und dann wird es sehr, sehr schwierig werden, Borussia, weil sie dann mit einem enormen Selbstvertrauen in die anderen Spiele hineingehen, wenn man sie oben nach wegholen will. Herr Gladbach hat das Zeug dazu, zumal sie jetzt das Spiel gegen Freiburg, ich war live im Stadion, wie sie dort aufgetreten sind, auch mit dem neuen Trainer, der wirklich eine tolle Arbeit macht. Und wenn man sie spielen lässt, und Bayern München ist ja auch eine offensiv eingestellte Mannschaft, dann wird es ein hochinteressantes Match. Und ich glaube, wenn Gladbach keine Angst hat vor den großen Bayern, kann es sogar eine Überraschung geben, dass Mönchengladbach gewinnt.